Willkommen, willkommen zurück zu Yakuza 5, dem Spiel mit noch Haruka, wir wechseln gleich den Charakter, wenn ich denn darf, um zu schauen, ob Akiyama was hat, äh, Akiyama. Mir wurde gesagt, dass anscheinend die Szene zwischen Akiyama und Haruka, bevor sie essen gehen, irgendwie länger war bei anderen Leuten. Interessant, bei mir nicht. Ähm, das nächste Ding ist, wir wissen jetzt ja, dass der, der, der Boss des Schlägers, den wir getroffen haben in der Gasse, anscheinend von... Haben wir gegen die schon gekämpft? Okay, ich mach jetzt einfach, während ich versuche zu reden. Ich sag mir nicht, du guckst nach einem Tanzkampf. Warte mal, kann ich, kann ich ja, habe ich, was? Backfire, Backfire. So, warte mal, hier ist, warte mal, hab ich noch was Besseres? Ich hab noch den hier mega, warte mal, Heart Smash. Hab ich noch was Besseres als Heart Smash? Nee. Hab ich noch was Besseres als Groove Booster? Ach, guck mal, ich hab noch Groove Downer. Spielt one denn, äh... Also das macht das, okay, Rainbow Christmas Star war, glaub ich, die Special Attacke, ne? Man kann das nicht gedrückt halten, das ist ja ärgerlich. Okay, gut, ich kann anscheinend nix besser aus. Na gut, dann, äh... Was ist die denn? B? Genre Idle, na gut. Ähm, was ist ein bisschen komisch, dass wir wissen jetzt, also, dass unser Naoki Katsuya ist anscheinend der... Also ich möchte auch nicht verkämpfen. Äh, das ist der gute Katsuya, äh, das, das er, das ist der Boss von dem Typen, mit dem wir begegnet sind. Allerdings war das ein schneller Auftrag, dass die Fälschung gemacht wurde. Das klingt ja auch wie so, als wäre es kein Plan, das wäre es halt nicht geplant gewesen, ne? Das, das gibt der ganzen Sache natürlich noch mal ein bisschen Mystery obendrauf. Wo kommen eigentlich diese ganzen Leute her? Ich denke, es ist mitten in der Nacht. Aber das gibt der ganzen Sache noch mal ein bisschen, äh, Mystery. Weil, wenn sie das nicht... Äh, muss ich sagen. Äh, wenn, 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 wenn sie das nicht war, beziehungsweise, das, 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 das klingt ja fast so, als wäre es irgendwie ein Unfall gewesen. Oder zumindest ungeplant. Oder aber natürlich, das kann natürlich sein, dass das durchaus geplant war. Und das nicht nur nicht funktioniert hat. Also, dass wir sie vielleicht einschüchtern wollten, sie hat sich nicht drauf eingelassen. Und dann ist da halt ein Mord draus geworden, weil der, 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 der Schläger... Der Schläger halt einfach, äh, äh, ein bisschen ausgerastet ist. Das darf ich wissen. Das kann natürlich auch sein, dass, dass, dass der Mord immer ein Plan war. Und dass, dass, dass die, 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 die Suizid, äh, Quatsch, der, der Abschiedsbrief quasi einfach nur so ein Nachgedanke war. Aber an sich der Mord schon immer ein Plan war, mit denen vom Dach fallen. Dass der Schläger einfach nur ein bisschen grob ist. Das kann natürlich auch sein, immer inkompetent. Aber zuerst spricht es zumindest dafür, dass der gute Studieboss nicht direkt geplant hatte, äh, Parksan umzubringen. Das ist halt bloß einfach nur passiert. Was ist auch nicht wirklich besser macht. Aber hey. Yay, wir haben gewonnen. Das sind die Stalker? Die haben sich über Gegrilltes unterhalten, kann es vielleicht. Achso, ja, es könnte wie gesagt sein, dass, dass man Akiyama einfach nicht genug Fähigkeiten und Gourmet hat, weil ich die anderen Restaurants nicht gefordert habe, weil ich keinen Bock mehr hatte auf diese Quest. Wow, das, äh, ich wusste nicht, dass jemand so gut hier in der Nähe ist. Ja, 4000 Yen, yay. Also Haruka wird auch einfach nicht reich mit ihren Zeug, ne? Ja, auf jeden Fall, das gibt den ganzen Sachen noch ein bisschen Mystery. Mal sehen, was die Story dann sagt, wie viel Mystery da wirklich hinter ist. Aber, was ist das, mal sehen, ob hier noch was passiert. Bonk, 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 bonk. So. Hab mit 201. Das ist eine Signifikanz, hat die Nummer, ob das halt einfach nur die Nummer Nummer ist, was los ist. So, warte mal, ich kann noch hier jetzt theoretisch... Äh, warte mal, hat das Bett? Ne, der hat nur das Bett, ne? So, warte mal, ich will noch nicht zum Bett gehen, ich will eigentlich speichern. Ich bin mal ein bisschen länger wach. Ach, hier ist der Schrank. So, und hier kann ich doch wechseln, oder? Ich kann nicht speichern, das will ich auch nicht machen. Ich kann nur welche Sachen wegpacken. Was ist denn hier noch? Baumkuchen. Schön, dass das Ding so Baumkuchen heißt. Ne, aber ich kann nicht zur Erklinge nochmal wechseln. Angeblich kann ich das doch im Versteck. Naja, kann ich jetzt vielleicht gerade nicht, ne, ist ja auch egal. Ich finde es übrigens schön, wie sie drinnen, die Schuhe, tatsächlich sofort auszieht. Das ist anscheinend so ein Ding. Also auch an diversen anderen Orten Schuhe ausziehen. Okay, es wird Zeit fürs Bett. Dann kommt morgen die große Prinzessin in Liga Teil 2. Ah, ne, wir sind einfach so am nächsten Tag. Es ist Zeit, dass ich Osaka Talent mal besuche. Ich denke, ich werde ein Taxi nehmen. Ja, ja, das machen wir sicherlich in der Tat sofort. Habe ich noch welche Gegenstände hier? So, Gegenstände bewegen. Ich kann den Jogger bewegen. Ja, weil gute Hand im Poker ist mir richtig toll egal. Genau wie die Rollplatte, die kann auch weg. Könnte es auch sagen, dass du noch PS4 gespielt hast? Hier, das könnte durchaus sein, weil ich spiele hier das. Obwohl, der PS4 müsste das ja eigentlich auch das Remaster sein, oder? Ich glaube, da liegt noch so eine Schade mit Essen drin rum. Der hat, hat der Akiyama hier nicht mal eine Küche? Naja, wollen wir uns noch nicht so sehr über die Unterschiede zwischen dieser und der nächsten Version ändern. Weil letztendlich, ich darf mich nicht bewegen, aber jetzt. Letztendlich sollte es wahrscheinlich nicht so einen Riesenunterschied machen. Haben wir eine Nebenquest? Wir haben in der Tat einen. Warte, warum ist das ein Ausrufezeichen, kein Fragezeichen? Waren das schon immer Fragezeichen? Aus dem Weg, ihr Leute. Diese Stadt sieht doch am telllichen Tag komplett anders aus, ne? So, wer bist du denn jetzt? Ach so, das ist hier unser Essensfreak. Verdammt. Ne, das ist nicht unser Essensfreak. Ich dachte, ich bin durch mit diesem Mist. Was ist los? Kämpfst du aber auch in der Siegerstraße? Ich denke, man könnte sagen, dass dann bist du ein Mütbewerber, nicht wahr? Ja, aber ich versuche gerade nicht nach einem Kampf. Ich bin gerade mit einem fertig geworden, also bin ich ziemlich geschlagen. Okay, alles klar. Das braucht ja nicht viel, um dich abzuweisen, oder? Du siehst nicht so aus wie die anderen Kerle. Mein Name ist Banba, Ryochi Banba. Spricht man das so aus? Ryochi heißt er, ne? Warte mal. R-R-R-R-U-I-C-I-B-A-N-B-A. Naja. Okay, gut. Äh, schön, grüß dich. Ich bin Akiyama. Ich, äh, wollte ja nicht dieses Siegerstraßen-Dig gar nicht. Mein Vater hat mich, hat mich ja eingeschrieben, ohne mich zu fragen. Dein Vater? Was, äh, warum würde er das tun? Er betreibt ein Karate-Dojo, aber in letzter Zeit waren immer weniger Leute da drin. Er wollte, dass unser Name, äh, diesen Wettbewerb auftaucht. Also bin, hänge ich jetzt darin fest. Nun, ich kann, ich kann keine zwei Schritte machen, ohne dass irgendein Punk gegen mich kämpfen möchte. Ja, du klingst nicht gerade wie ein Kampfsportler. Nun, ein echter Kampfsportkünstler, äh, sucht nicht nach einer Möglichkeit, seine Fähigkeiten zu zeigen. All diese Wettbewerber, denen ich bis jetzt gekämpft habe, waren einfach nur ein Stück Kuchen. Also leicht zu essen, schlechte Übersetzung von mir. Das würde mich nicht stören, wenn, wenn die Kämpfer ein bisschen anstrengender werden. Aber das war ziemlich schnell langweilig. Ich denke, es gibt keinen Punkt, mich hier zu beschweren. Bis später. Hm, er scheint sich ziemlich selbstsicher zu sein, dass, äh, seine Fähigkeiten. Aber Kerle wie er werden in der Regel irgendwann fies überrascht. Okay. Geht das jetzt alles? Geht das nicht mehr so weiter? Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö So, 46 Yen. Ich möchte gerne zu Osaka Talent und den guten Mann mal besuchen. Das ist bestimmt eine super Idee, einen angeblichen Mafia-Boss aufzusuchen, oder? Ich meine, was könnte möglicherweise schief gehen? Alles klar. Düdüd. Guten Tag. Bitte finden Sie Ihren Namen, die Zeit Ihrer Sitzung und den Namen der Personen, die Sie treffen wollen. Ich habe keinen Termin, aber ich würde gerne Präsenz sehen. Ich möchte Ihnen über den Mord von Mirai Park reden. Einen Moment bitte. Vielen Dank. Er hat es auch Mord genannt, ne? Nicht den Tod oder den Unfall, sondern den Mord. Sieht aus wie ein Hotelzimmer, der Raum, ne? Juno. Komm Cashin. Das ist Sky Finance, der reappeilt Herbie. dare Sie. Ich mag- hats. Ich muss mich als Kai make. Ich kann es eine gute Sache mit Academy machen. Was das zu świademan der Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ... ... ... ... ... ... Das ist ein Wettbewerb. Ich glaube, es ist ein Verständnis. Ich bin hier für mich gekommen. Katsuya, du hast wirklich gut gemacht. Wenn du so bist, dann bin ich immer noch ein Fortschritt. Das war es nicht. Diese haben auch nicht mehr Materialien. Das war meine Fälle. Ich finde es gut, dass ich heute wieder auf die Fälle gelegt habe. Ich habe mir nicht bemerkt. Aber es war mein Fälle nicht. Das war das Fälle. Ich habe nur ein sehr guter Mensch, das ich wusste, und ich habe nur ein sehr guter Mensch gesehen. Dann... man das so im höflichen Japan, whatever. Dann zwischendurch, Akiyama hat ihn anscheinend gegoogelt, weil das hat dann gesagt, dass das Internet über ihn Dinge gesagt hat. Und zwar, dass er seine Schauspielkunst bewundert, weil er anscheinend war unser guter Präsident Naoki Katsuya war mal Action-Schauspieler, bis er sich verletzt hat. Und da musste er leider zurücktreten, weil das ging dann nicht mehr. Als Action-Schauspieler. Und er meinte aber, dass Action-Schauspielkunst ist jetzt ja nicht gerade bekannt dafür, dass man da große schauspielerische Leistungen über die Bühne bringt. Dann hat Akiyama so ein bisschen, erklärt, wer er ist, dass er Geldverleiher ist, dass er einer von den Leuten ist, den Parks dann Geld schuldet. Und er meint so, niemand im Business glaubt daran, dass es tatsächlich Suizid war. Und er hat dann gesagt, dass einer seiner Associates, dass die Fälschung fabriziert haben könnte. Und er kann nicht ausschließen, dass nicht einer seiner Business-Relations dafür verantwortlich ist. Aber er weiß nichts von einer Fälschung. Aber, wie gesagt, er hat die Chance nicht ausschließen. Dann hat er angefangen, einen Check auszufüllen. Und hat dann ein bisschen länger argumentiert, dass er sich das nicht leisten kann, dass irgendwelche Gerüchte aufkommen. Aber auch nur ein bisschen. Er war wirklich sehr schnell dabei, den Check auszutönen. Aber er hat es ja erklärt mit, dass er kann sich ja nicht mal Gerüchte darüber leisten, dass er irgendwas damit zu tun hat. Was ein bisschen unglaubwürdig ist. Und Akiyama hat ihn noch dazu gratuliert, dass er doch ein besserer Schauspieler ist, als er sich selber einschätzt. Und dann hat er halt gesagt, dass er eine harte Nuss zu knacken ist. Oder beziehungsweise härter Nuss zu knacken ist. Das ist gedacht. Also Akiyama hat er anscheinend darauf gehofft, dass unser guter Mann hier bricht, während er ihn in Frage stellt, dass er ihn halt quasi einfach, das sind das Erzählen, der irgendwie was davon gibt. Aber offensichtlich hat er ganz gut dicht gehalten und hat seinen Pokerface behalten. Was ich jetzt in meiner jugendlichen Naivität anders gemacht hätte, ich hätte das Geld angenommen. Aus taktischen Gründen. Also den Check erstmal. Du musst den ja nicht einlösen. Das ist ja erstmal egal. Also Akiyama fährt hier halt die High-High-Road und spielt mit offenen Karten und nimmt wirklich den Check nicht an. Aber taktisch klüger wäre es meiner Meinung nach gewesen, den Check anzunehmen. Also in dem Moment, in dem er das Geld ausspielt, zu sagen, das ist irgendwie vielleicht irgendwie zu pausieren. Ich meine, Akiyama hat genug Erfahrung. Der kriegt das Schauspiel wahrscheinlich tausendmal besser runter als ich. Und das Geld anzunehmen zu sagen, naja, ich verstehe. Na gut, machen wir so. Oder halt irgendwie so ein Büsche zu labern. Ist ja egal. Wenn du sowieso bist bereit zu lügen, dann kannst du auch all in gehen und irgendwie bei der Heiligen Dreifaltigkeit loben oder was auch immer du gerade glaubst. Dann ist es ja auch egal, ne? Naja, und auf jeden Fall einfach, um eventuell das auszuschließen. Weil wenn dieser Typ an diesem Mord irgendwie verantwortlich ist und der vielleicht doch nicht ganz so wenig wusste wie gedacht, dann muss ich doch davon ausgehen, dass die Attentäter hinter mir her sind. Das kann natürlich auch sein, dass die Attentäter hinter mir her sind, wenn ich das Geld annehme. Aber das ändert ja nichts dran. Aber ich habe ja trotzdem, habe ich ja eine Möglichkeit mehr oder eine Karte mehr zum Ausspielen, wenn ich das Geld annehme und somit das mich als normaler Schuldner maskiere. Also er tut ja so, also der Präsident muss ja davon ausgehen, dass Akiyama deswegen da ist, weil er nur sein Geld haben will. Und dass es ihm nicht um irgendwelche Ermittlungen geht oder Prinzipien, weil er weiß ja in diesem Moment nichts über Akiyama. Das kann später natürlich noch passieren, aber Zeit ist ja aktuell die wichtigste Ressource, die wir haben. Naja, gut. So, weiter am Text. Ha, was jetzt? Wenn Katsuya derjenige ist, der hier alles tut, dann... Oh Gott, warum ist das so schnell hier? Äh, dann muss ich ja wirklich vorsichtig sein. Ich denke, äh, wenn ich irgendwas fertig kriegen sollte, dann muss ich Ugi da finden. Also den Tanzlehrer. Oh, Telefon! Hallo? Hast du das, Akiyama? Wer ist das? Ich möchte gerne über den Sessort von Taksam reden. Könntest du zurück zu ihrem Büro kommen? Ich glaube nicht, dass du meine Fragen beantwortet hast. Ich bin nicht dein Feind. So. Aha. Das war sehr kurz angebunden. Sa. Hm. Mit wem muss ich mich denn dies noch auseinandersetzen? Na, dann geht Akiyama noch ans Telefon, ne? Hey. Ach so. Währenddessen bei Dynacare. Oha jo. Moment. Wir machen ja auf der Stelle mal einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal.